In Midden-Limburg finden Sie keine großen Freizeitparks, aber viele kleinere Einrichtungen für die ganze Familie. Es gibt mehrere Spielplätze in der Region, deren kombiniertes Angebot jung und alt stundenlang Spaß bieten. Und wenn das Wetter nicht so gut ist, gibt es mehrere überdachte Spielplätze, bei denen der Spaß einfach weitergehen kann. Und nach den vielen Spielen gibt es eine schöne Pause. Schwimmliebhaber sind gut mit den verschiedenen Freizeiteinrichtungen versorgt, welche große subtropische Schwimmbäder und Erholungszentren auch für Tagesausflügler anbieten. In Zwalmen liegt ein schönes Naturbad. In unserer Region können Sie auch verschiedene Streichelzoos und Tierparks besuchen. Aber auch eine Planwagenfahrt entlang überraschend schöner Orte in Middenburg kann an verschiedenen Orten durchgeführt werden.